Mein Name ist Heike Diepler, ich bin Vertriebs- und Marketingleiterin bei der CCC Software GmbH. Wir entwickeln seit über 26 Jahren Software-Systeme speziell für die Fertigungsindustrie. Und damit sind wir mittendrin im Thema, die Welt verändert sich, die Digitalisierung der Betriebe nimmt zunehmend seinen Lauf und wir brauchen neue Lösungen für das Thema Industrie 4.0. Und da sind wir mittendrin, weil wir entwickeln als Unternehmen genau dafür Anwendungen und Lösungen, die sich im Kontext bewegen von Digitalisierung und Industrie 4.0. Auf dem 8. Leipziger Personalforum werde ich darüber referieren, wie ein Unternehmen, welches sich mittendrin in diesem ganzen Prozess der Veränderung befindet, Lösungen und den eigenen Veränderungsprozess gestaltet. Es geht letzten Endes darum, innovative und aber auch solide Lösungen für das Thema Arbeit 4.0, Industrie 4.0 zu entwickeln. Und ich werde darüber berichten, wie dieser Veränderungsprozess im eigenen Unternehmen durchwandert wurde und wie wir diese Hürde letzten Endes versprochen haben. Weil auch bei uns heißt Industrie 4.0, oh, nicht schon wieder eine Marketingblase. Dass das keine Marketingblase ist, sondern eine notwendige Veränderung, darüber werde ich berichten. Wir haben gelernt, und das wird auch das Fazit meines Vortrages sein, dass es wichtig ist, in diesen wichtigen Veränderungsprozessen alle Mitarbeiter mitzunehmen, alle zuzuhören, alle mitzubegeistern, um damit letzten Endes auch das gesamte Know-how von jeder Firma mitzunehmen. Jeder ist wichtig, jede Meinung zählt und am Ende erreichen wir damit das gesamte Ergebnis. Ich werde darüber berichten, wie wir es geschafft haben, aus dieser vermeintlichen Marketingblase eine Positionierungs- und Strategie zu entwickeln, wie wir innovative Lösungen uns ausgedacht haben, damit wir auch noch nächstes Jahr und in der Zukunft marktfähig sein werden. Ich freue mich darauf, Sie beim 8. Leipziger Personalforum als Gast in meinem Vortrag begrüßen zu dürfen.